Vor langer Zeit wurde das untergegangene Reich Eiserlef durch die Erschaffung der Flamme des Chaos vollkommen zerstört. Bei der Erschaffung jener Flamme wurden unzählige Chaos-Dämonen geboren. Viele, oder besser gesagt nahezu alle jener ursprünglichen Chaos-Dämonen, wurden über die Jahrhunderte hinweg vernichtet. Viele jener Chaos-Dämonen fielen durch die Klinge der Ritter Arnolundus. Jedoch ein einziger, ein einziger letzter jener ursprünglichen Chaos-Dämonen existiert noch immer. Er verweilt in den noch intakten Überresten der einstigen Ruinen von Eiserlef, der letzte Dämonenkönig und der letzte der ursprünglichen Chaos-Dämonen. Viele Jahrhunderte hinweg vergingen. Viele Schlachten wurden geschlagen, die Chaos-Dämonen gegen die tapferen Krieger der Außenwelt. Viele hunderte Soldaten, viele hunderte Dämonen ließen über die Jahre hinweg ihr Leben und schließlich wurden die Chaos-Dämonen letzten Endes bezwungen. Der König der Chaos-Dämonen, nunmehr bekannt als der alte König. Er ist der letzte Verbleibende. Er verschanzte sich tief in den Überresten der Ruinen von Eiserlef. Doch er wurde vertrieben. Nicht durch Hetzjagden oder Ritter, die irgendwelche Jagden auf ihn betrieben. Die Zeit selbst trieb ihn aus seinem Versteck heraus. Die Zeit selbst, die den einstigen Aschesee ansteigen ließ. Viele Jahrhunderte ließen den alten See immer weiter anschwellen. Alte Lava und all dies, was einst Eiserlef ausmachte, kühlte ab und wurde zu Gestein. Jene Lava wurde nun fortan immer weiter nach oben getrieben. Immer mehr von Eiserlef wurde unter den Lavamassen, die erstarrten und zu Magmagestein wurden begraben. Ein unwettlicher Platz und kein Platz mehr für den Dämonenkönig, der sich dort versteckte. So trieb es ihn hinauf, bis hin zu einem der alten Eingänge von Eiserlef. Ein alter Ort, der einst die uralte See, den Aschesee und Eiserlef miteinander verbannt. Dort haust er nun, umringt von unzähligen Leichen, alte Dämonen, die durch die Kriege ihr Ende fanden. Dort haust er nun. Kein wahrer König mehr, eher ein aschender Klumpen, ein Schatten seiner selbst, jedoch noch immer der letzte Überlebende, einer der ursprünglichen Dämonen, der all die Zeit überdauerte und nun noch immer dort unten, in den letzten Überresten Eiserlef, sein Dasein fristet. Mittlerweile ist nicht mehr die Bedrohung durch Ritter oder Außeneinwirkungen von anderen die größte Bedrohung für den alten König. Die Zeit selbst schließlich wurde zu seinem größten Gegner. Denn die schwellende See, der Aschesee, wie er einst genannt wurde, dringt immer weiter nach oben, bahnt sich einen Weg durch Lavagestein und Fels, und allmählich wurden die Lavaseen abgekühlt. Ein riesiger See aus Wasser umschlingt nun uralte Ranken, die einst von tief herab aus dem Aschesee ihren Weg nach oben fanden. Und dieses Wasser, umso mehr es ansteigt, umschließt die Kammer des alten Chaos-Dämonen-Fürsten. Er wird schon bald nicht mehr diese Kammer verlassen können. Ein ewiges Gefängnis und irgendwann wird auch diese Kammer geflutet werden. Und die Zeit selbst wird sein Ende besiegeln. Nun bleibt ihm nicht mehr viel Zeit. Er ist dort schon so gut wie gefangen. Bleibt ihm nicht mehr viel übrig, als seinem Ende entgegenzuharren. Besitzt er keine Truppen mehr, die er in die Schlacht ziehen könnte. Das Königreich Eiseliv, das unter Lavamassen einst erstickte, ist verschollen, zerstört und unter Steinmassen erstickt. Nun ist er der einzige Letzte der ursprünglichen Chaos-Dämonen. Und schon bald wird auch er sein Ende entweder durch die Zeit und die verschlingenden Wassermassen finden oder ein Krieger wird ihn nun in den letzten seiner Tage ausfindig machen und ihm in einer letzten Schlacht ums Überleben, ihm die Stirn bieten und ihn vielleicht gar erschlagen und aus dieser Welt erlösen. Ein letzter ehrenvoller Kampf für einen ehemaligen König, der vor dem Ruin steht. Und nun sind wir bei der Endcard angelangt. Hier könnt ihr ganz gemütlich entweder einfach das nächste Video bzw. die nächste Playlist starten. Ihr könnt mich abonnieren dort, so einfach auf mein kleines schickes Avatar-Bildchen klicken oder wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr auch auf meinen Patreon-Kanal gehen und da mein persönlicher Patron werden. Natürlich gibt es da auch bestimmte Rewards, die ihr da erreichen könnt oder ihr könnt auch einfach nur, sagen wir, eine kleine Seele in den Hut werfen und mir eine Freude machen. Und nun, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, vergesst nicht ein Like da zu lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. dann .